Mein Name ist Jens Klingelhöfer, ich bin Geschäftsführer des Digitalvertriebs Bruckweyer. Wir sind eine Digitalauslieferung, arbeiten für mittlerweile mehr als 140 Verlage im deutschsprachigen Raum. Wir wickeln für Verlage das komplette Digitalgeschäft ab, von der Herstellung über den Digitalvertrieb bis hin zur Abrechnung. Wir sehen uns dabei als Partner für mittelständische und in erster Linie auch kleine Verlage. Wir sind ein Schauplatz der Digitalisierung, weil wir ein tolles, einfaches Produkt bieten, um am E-Book-Markt teilzunehmen. Und somit vielen Verlagen den Einstieg in den E-Book-Markt, der für viele überfällig ist, ermöglichen.